Herzlich willkommen zum Video-Tutorial H5P-Elemente in itsLearning einbinden. Zur generellen Anlage von H5P-Elementen in der Mediathek finden Sie weitere Methodenkarten. Sobald Sie sich in der Mediathek eingeloggt haben und auf der linken Seite dem Menübereich Alle Anzeigen anklicken, sehen Sie alle Ihre bisher erstellten H5P-Inhalte. Möchten Sie nun eines dieser Elemente in einen itsLearning-Kurs integrieren, wählen Sie bitte das Stiftsymbol am gewünschten H5P-Element aus, um in die Bearbeitungsansicht zu gelangen. In der Bearbeitungsansicht ist es wichtig, dass Sie auf der rechten Menüseite den Haken setzen bei der Option Zeige den Button für die Einbindung an. Dieser Haken ist standardmäßig nicht aktiviert. Sobald Sie den Haken gesetzt haben, klicken Sie bitte in der rechten Menüleiste auf Speichern. Klicken Sie nun in der Kopfzeile die Option Ansehen an. Das H5P-Element wird in einem neuen Fenster abgespielt. Durch das Setzen des Hakens sehen Sie nun unterhalb des Elements den Button Einbetten. Bitte klicken Sie auf diesen Button. Es öffnet sich das Einbetten-Fenster. In der markierten Textzeile sehen Sie nun einen sogenannten iFrame-Code. Gehen Sie mit der Maus in die Zeile, markieren den gesamten Code und kopieren diesen zum Beispiel mit STRG und C. Sie können das Fenster nun schließen. Öffnen Sie nun It's Learning und dort den gewünschten Kurs, in dem Sie das erstellte H5P-Element hinzufügen möchten. Wechseln Sie in den Kursreiter Ressourcen und fügen Sie eine neue Ressource hinzu. Wählen Sie an dieser Stelle die Ressource Seite aus. Es wird in den Ressourcen des Kurses eine neue leere Seite hinzugefügt. Fügen Sie einen neuen Inhaltsblock über den Button oben oder durch ein Klicken auf die leere Seite hinzu. Wählen Sie nun im Auswahlfenster des Inhaltsblocktyps Rich Content aus. Im Anschluss öffnet sich der Editor für den Rich Content Block. Bitte klicken Sie nun auf den Button Quellcode in Formatierungsbereich. Wenn Sie auf den Button Quellcode geklickt haben, werden alle anderen Formatierungselemente ausgegraut. Klicken Sie nun bitte in das Textfeld unterhalb des Editor-Bereichs und fügen den vorab in der Mediathek kopierten Iframe-Code des H5P-Elements ein. Der Iframe-Code ist nun im Textfeld hinterlegt, aber leider noch nicht ganz komplett. Folgender Zusatz muss dem Code noch hinzugefügt werden, damit das Element funktioniert. https h5p.idupool.cloud Kopieren Sie diesen Zusatz und fügen Sie ihn im Iframe-Code ein an folgender Stelle. Sobald Sie den Zusatz in den Iframe-Code eingegeben haben, klicken Sie bitte auf OK. Das H5P-Element ist nun auf einer Seite in einem Inhaltsblock integriert und kann abgespielt werden. Benennen Sie diese Seite nach Bedarf um. Auf einer Seite können Sie beliebig viele Inhaltsblöcke anlegen. Jeder Block kann über den Iframe-Code mit einem H5P-Element angereichert werden. Auch die OPSH-Pinwand oder Learning-Apps können über einen Iframe-Code integriert werden. Sie können auf diese Weise ganze Themenseiten mit interaktiven Übungen gestalten. Viel Erfolg beim Ausprobieren! Die OPSH-Pinwand Die OPSH-Pinwand